Yeah! Willkommen bei einer neuen Folge von... Sockstar! Sockstar! Der kommt von meiner Hauptrolle. In Sock City. Wir suchen die Rolle des Gromos. Das ist ein drogensüchtiger Zirkusdirektor. Ein unheimlich emotionaler Typ, der so multitaskingfähig ist, der also mehrere Dinge gleichzeitig machen kann, fadenscheinig und trotzdem respekteinflößend. Jemand, der beispielsweise irre Hindernisse bewältigen kann, während er dichtet. Oder depressiv ist aus Liebeskummer. Der Tod des Suppenkaspers. Dann wog er noch ein halbes Lot. Am siebten Tage war er tot. Ah! Kann man das essen? Hm. Da! Oh, hm! Was ist das? Geht das auch wieder zurück? Mein kleiner grüner Kaktus steht hier bei uns im Studio. Oh, shut up! Also ich mein, die Rolle von den Gromos, die kriegst du so natürlich nicht. Ich mein, hallo? Du bist ein Kaktus. That sucks. Mann, Jason! Hallo, bin der Gerd. Applaus Es wiegt der Wald. Es wogt die Welle. Es wogt die Qualle in der Welle. Das bringt gar nichts über! So ein Kram! Wer nur des Wallens will den Wald, kennt nicht des Wallens all Gewalt. Pfff, pfff! Ich, uuu. Ja, das gehört dazu. Künstlerpech! Zum Kampf der Wagen und Gesänge, der auf Korinthus Landesengel, der Griechen Stämme froh vereint, zog Ibikus, der Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süßen Mund, seid mir gegrüßt, befreunte Scharen, die mir zur Seebegleiter waren. Zum guten Zeichen nehme ich euch, mein Los, es ist dem euren Gleich, sei uns der Göttliche gewogen, der von dem Fremdling wehrt, die Schmarr. Und in Poseidons Fichtenhain tritt er mit frommem Schauder ein. Das war eine tolle Performance, ich bin total begeistert und es sieht so gut aus. Also, ich finde, wir sollten ihn nehmen. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Hm. So sieht Erfolg aus. Du bist dabei. Give me a chance, Sock City. Please don't make me cry. If I don't get a chance, Sock City, I will kill myself and die. Sockstar! 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 ARD Text im Auftrag von Funk